So, hallo Freunde, heute wieder mit Special One, Sleeping Dogs, weiter geht's, Level 1 bis 2, Square Enix, Spiel startet in wenigen Minuten, United Front Games, als letztes weitergespielt bei Level 1, 40 bis 45 Minuten, und heute eben weiter. Tippen Sie A an, um schnell über Objekte zu laufen. Okay, also A ist Sprinten. So, hier in meiner Wohnung. Vielleicht Kleiderschrank öffnen, andere Kleidung anziehen, Emden, T-Shirt, Kleiderschrank. Kleiderschrank öffnen, hier etwas dabei, was ich übersehen habe, eine Uhr tragen, okay, passt mir die. Was, Standard Outfits tragen, Police, nein, Polizeiauniform brauche ich nicht, Hüte, Baseballmütze tragen, okay, Mütze nehme ich, Schuhe, in Besitz, Barfuß, Clubstyle Trends, Unechte, G-Jiggler, Leinenschuhe, okay, Clubstyle Trends, Hosen, Unterhose, ausgebeutet, Gyms, okay, mit Unterwäsche laufe ich nicht draus noch rum, also why, why shen, Schlafen, Schlafen, nein, habe ich schon, was, und es geht weiter, raus auf die Street, Strasse, Nachbarn, Okay, Fahrzeug brauche ich auch, Fahrzeuge aus wie, was habe ich hier, Motorrad, okay, ein Kleinbus, Und auf zur nächsten Mission, Mission. Aber der Musik schläft man ja ein. Ah ja, habe ich ja auch meinen Speakers. Okay, ist schon leiseste Lautstufe eingestellt. Also schlägst du... Was? Es ist immer etwas laut. Wow! Ich sehe irgendwo etwas... Ich sehe irgendwo eine Gasse um rechts einzubiegen. Ah, hier. Gut, kein Crash. Wow! Der Fahrzeug wieder sehen. Was hätte ich das? Gellänkes gut gefahren. wie in einem chinesischen Restaurant mit einer Mucke ja, links popst dahin, da ist mit Link treffen nach der blauen Fahrtrichtungsanzeige links Abbieger yeah Crash schön gedriftet in der Drift links in die Kurve mit Ming reden, nein das war nicht 19 Meter, 18, 17 11 Meter, hier ist er Ming, ich verannte Arm, ich verannte seit ich dogeist bin, bin ich nicht sicher ich bin so nah, ich muss los mit meinem nächsten Mission entgegen und sorgfür, dass alles cool ist okay, also nächste Lieferung entgegennehmen Was? Weiß ich noch nicht genau. Vielleicht wieder Kokain? Koka Wo ist denn meine Karre? Hier Fährt sich aber gut der Kleinbus, gute Wahl von mir Ich habe ja auch noch ein kleines Motorrad, das ich nehmen hätte können, aber ich bin nicht so der Mofa-Fahrer Die Saabs machen trotz keinen Unterschied, die 50 bis 100 PS Unterschied zu einem Kleinmotorrad Egal, man kann keine zweirädigen Fahrzeuge hier in meinem Game In dem Popstar Gangstermucke Chinesisch Ok, finden sie Junkies, Gelder antreiben Oder die wissen, wie ich zu dem Übergabewort komme Oh, hier bin ich schon mal richtig einpacken hier Gell, ich habe den Vöger steig Die steig Oh, was magst du bei? Warten sie den Junkie Ja 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 Oulaaa! Ah fuck... Ich liebe die Ware von Pops daa... Warum laufst du gegen die Wand? Okay, Autoschnappen... Ich muss so vorsichtig sein, dass keine Polizei mich erwischt, wenn ich die Leute umfahre. War eigentlich nicht geplant von mir. Aber egal, mir gehts gut. Aber es interessiert ja keiner an so einem Tag, dann mach ich lieber einen Team. Ich bin in Hong Kong. Du hast mein Geld? Ich habe dein Geld. Hier ist dein Paket. Sag mir, dass ich mit den Mädchen über 14 stehe. Es sind die Körpers. Bleib cool. Hey, ihr zwei! Komm hier! Los geht's! Stopp! Ich bin unter Arrest! Okay, den einen Kopf habe ich abhängen können. Hier ein Auto. Das kommt mir gerade rechtzeitig. Ich muss wieder flüchten und Verfolgungsjagd an. Falsche Straßenseite mit Gegenverkehr. Ja, das ging nicht mal gut. Und hab sie schon abgehängt. Ja, das trifft sich gut. Ich hab gerade telefonieren. Eben wenn ich auf der falschen Fahrbahnseite bin. Mit Gegenverkehr. Wie geht sich das aus? Ja. Teng anruft. Inspector Tang? What have you found? I found enough to bust Popstar. But I also met a supplier. A guy named Fang Shen. Find out where he hangs out. And I'll see if I can get something on. I'll get back to you. I'll get back to you. I'll get back to you. Yeah, go home, motherfucker. Go home. No types of dogs. Haha. Danielle,�너. MacFUCKIN погром. Oh fuck. Okay... Ah, 해�enda. Ah. Hinterpost vom交dther dåen. Motherfucking Ho-Khan. Gue-ieri... Motherfuckin' Hohkorn Oh, special One Das ist nicht so schön. Wauw Wow Ja, fahr meine Karri zu Schrott, du Arschloch Heidemann Rudet Wauw 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 Alsjeblaken Wauw 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 Boah, hier herrscht Verkehr, das ist nicht normal, okay, hier würde ich hingehören, passt, 52 Meter 28, 27, 23, okay, passt, ist hier offen Korrek Mit Ming reden, wo ist dieser Ming? Danke für den Stoch Okay, Kontakt mit Zielperson hergestellt, Popstar, Hauptlieferanten getroffen, Pass Das ist jetzt nicht, habe ich die Ware gekauft oder verkauft, okay, nein, ist ja auch egal Ich bin jedenfalls weiter Popstar Kontakt operiert im Lok Fu Park, überwachen Sie die Enden Ja Autos gesehen genug, welches passt mir gut Oder vielleicht besser Okay, die Karre sieht nicht schlecht aus Ja, einfach check Hat noch nicht die Öffnungsstange in Level 1 bis 3 Den Türöffner für verschlossene Autos Ja 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 Ist das hier? Ja Ein Police Job vielleicht? ganz genau einpacken neben dem Gehsteig ok egal Auto steht ja Police Job Fahrzeug des Vertächtigen anhalten Verfolgungsjagd ja normalerweise nein das war zu schwach gerammt ja 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 So, alle drei Typen verhaftet. Upgrades. Was habe ich hier neu? Okay, das hier ist der Türöffner für verschlossene Autotüren, um sie leichter zu knacken. Den kann ich gut gebrauchen, ansonsten... Okay, ja, das war... Upgrades, also... Was habe ich hier noch? Okay... Schlagresistenz. Der Spieler erleidet weniger Schaden durch unbewaffnete Angriffe. Okay... Und was habe ich hier noch? Nahkampf-Upgrades, keine... Feinkostunggetränke. Der Regenerationseffekt von Lebensmitteln hält doppelt so lange an. Kräutertee ist doppelt so wirksam und NIG-Drinks sind 50% effektiver. Gesundheits-Upgrades, okay, hier auch nichts, ja... Hey, warte, ich arbeite bei Trana in der Chop Shop. Wir wissen, dass du noch nicht dein eigenes Fahrzeug hast. Komm mal, wenn du ein Auto kaufen willst. Oh ja? Wie viel kostet das mir? Kaufen Fahrzeuge auf dem grauen Markt, wenn dein Ansehen hoch genug ist. Zuerst muss ich hier ein Fahrzeug noch... Oh ja! Oh, f***! Oh ja! Oh ja! Oh man! Oh no... Ich bin in der Street-Fag. Lach, 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 lach. Kids, lach, lach. Bye, schau, du. Kids. Lach, 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 lach. Lach, 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 lach. Lach, 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 lach. She's making a run for it, get me back alive. Chief Wanda. Have it gotten me yet. Ja. Oh, nicht die Bullen. Hier sind noch zwei oder mehr Das war nicht das, was ich erwartet habe, meine Kontrolle zu starten. Danke für deine Hilfe! Du sollst gehen! Du sollst gehen! Obst du da hinweste? Du sollst gehen! Du sollst gehen! So, Auto geparkt! Du sollst gehen! Jaaa! Schön abgewirrt! Du sollst gehen! Ah, die Schlampe! Ja! Du sollst gehen! Fert! Ah, kim? Kamera? Ah, kim? Okay! Ja! 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 Ja, ich hab'n 2 3 4 4 5 6 6 8 7 8 9 10 12 12 13 14 15 15 15 12 15 18 25 15 15 15 15 15 15 15 Das hat geklappt Ahnten sie den Lieferanten wiederaufnahmen in ihren sicheren Haus Okay, jetzt nicht Entschuldigung Okay, Überwachungssystem benutzen und dann war es das schon wieder mal für heute oder für jetzt vorerst. Ich werde mich mal schlafen legen und bis später, also bis dann und bis zum nächsten Mal aus Level 3, 4, 5.